Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Antonia und gemeinsam werden wir in die Welt der Dreiecke eintauchen. Wie der Name bereits verrät, werden wir die mathematisch korrekte Beschriftung von einem Dreieck kennenlernen und wichtige Eigenschaften festhalten. Anschließend zeige ich dir einen coolen Versuch, damit du die Winkelsumme in einem Dreieck wie ein Profi beherrschst. Bevor wir loslegen, solltest du das folgende können oder kurz wiederholen. Strecke, Seite, Eckpunkt und Winkel wissen und zeichnen können, sowie Winkelarten erkennen und zeichnen können. Damit du mit diesem Video arbeiten kannst, benötigst du ein Geodreieck, ein paar Blätter Papier und einen Bleistift. Bitte lege dir diese Sachen zurecht, damit du den Sicherheitscheck absolvieren kannst. Ich mache mit dir einen kleinen Sicherheitscheck. Das sind Dinge, die du schon wissen und können solltest. Bist du bereit? Dann geht's los. Überprüfe anhand der Aufgaben selbst, ob du die geeigneten Voraussetzungen beherrschst. Drücke dafür auf Pause und bearbeite sie. Alles klar? Du hast die Aufgaben gelöst? Fantastisch! Bitte vergleiche deine Zeichnung mit meinen Lösungen. Achte darauf, dass dein spitzer Winkel bei B ähnlich aussehen soll wie meine zwei Lösungen. Findest du die selten Skizzen auf deinem Blatt? Hast du dein Sicherheitscheck bestanden und wir können gemeinsam loslegen? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann schau dir vorher die Lernzyklen Strecke, Strahl, Gerade und Winkel an, damit du für dieses Video bestens vorbereitet bist. Was ist nun das Besondere an einem Dreieck? Klar, wie der Name es bereits verrät, hat jedes Dreieck drei Eckpunkte, drei Seiten und drei Winkel. Ich habe dir ein Dreieck abgebildet, das wir gemeinsam beschriften werden. Du machst bei deinem Dreieck auch gleich mit. Drücke auf Pause und zeichne auf deinem Blatt auch ein Dreieck, das so ähnlich aussehen soll wie meines. Legen wir mit der Beschriftung los. Wir beschriften die Eckpunkte mit drei Großbuchstaben A, B und C. Aber Achtung! Du kannst die Eckpunkte nicht in einer willkürlichen Reihenfolge beschriften, sondern immer nur gegen den Uhrzeigersinn. Warum gegen den Uhrzeigersinn? Dafür gibt es keinen bestimmten Grund. Die Mathematikerinnen und Mathematiker haben sich früher darauf geeinigt, weshalb wir das Dreieck heute noch immer in dieser Reihenfolge beschriften. Zu jedem Eckpunkt gehört ein Winkel. Winkel beschriften wir in der Geometrie mit griechischen Kleinbuchstaben, in diesem Fall mit Alpha, Beta und Gamma. A ist im griechischen Alpha, also liegt es auf der Hand, dass der Winkel beim Eckpunkt A mit Alpha bezeichnet wird. So werden auch der Winkel bei Eckpunkt B mit Beta und der Winkel bei Eckpunkt C mit Gamma beschriftet. Das Schreiben von griechischen Kleinbuchstaben ist nicht so einfach. Bist du dir noch etwas unsicher? Dann schau nochmal beim Videozyklus Winkel nach. Was fehlt uns bei der Beschriftung eines Dreiecks noch? Genau, die Dreiecksseiten. Sie werden mit Kleinbuchstaben beschriftet. Die Seite A liegt dem Eckpunkt A gegenüber, die Seite B dem Eckpunkt B und die Seite C dem Eckpunkt C. Wie du schon sehen kannst, werden auch die Dreiecksseiten gegen den Uhrzeigersinn beschriftet. Jede Dreiecksseite kann auch als Strecke zwischen zwei Eckpunkten bezeichnet werden. So kann die Seite A auch als Strecke BC, die Seite B als Strecke AC und die Seite C als Strecke AB bezeichnet werden. Zusammenfassend haben wir also drei Eckpunkte Groß A, B und C, drei Winkel Alpha, Beta und Gamma und drei Seiten Klein A, B und C. Ich habe zu Beginn des Videos von einem großartigen Versuch gesprochen. Ich möchte dir zeigen, wie groß die Winkelsumme in einem Dreieck ist. Damit du den Versuch gemeinsam mit mir durchführen kannst, bitte ich dich folgende Vorbereitungen zu treffen. Schneide aus einem Blatt Papier ein beliebig großes Dreieck aus. Beschrifte die Winkel des Dreiecks mit Alpha, Beta und Gamma. Drücke auf Pause und bereite das Dreieck vor. Hast du das ausgeschnittene Dreieck vor dir liegen und die Winkel so wie ich beschriftet? Alles klar, wir können nun gemeinsam starten. Wir zerreißen jetzt das Dreieck in drei Stücke. Mach auch du mit und schau, wie ich es mache. Schauen bei dir die Teile auch so aus wie bei mir? Super! Nun legen wir die drei Teile so hin, dass sich Alpha, Beta und Gamma in einem Scheitel treffen. Kannst du bereits ablesen, welcher Winkel aus den drei Winkeln zusammen entsteht? Miss die Größe des Winkels mit einem Geodreieck ab. Die Antwort lautet, die Winkel bilden zusammen einen gestreckten Winkel, also 180 Grad. Daher ergeben die drei Winkel in diesem Dreieck 180 Grad. Das Großartige daran ist, dass das nicht nur in diesem Dreieck, sondern in jedem Dreieck so ist. Die Winkelsumme ist in jedem Dreieck also gleich groß und Alpha plus Beta plus Gamma ergeben 180 Grad. Die Welt der Dreiecke ist riesig, aber du kannst stolz auf dich sein, dass wir gemeinsam einen Blick darauf werfen konnten. Nun ist es Zeit, dass du dein Wissen zu Dreiecken unter Beweis stellst. Klick dafür auf das nächste Video, Basic, das Dreieck und seine Eigenschaften, damit du die leichten Aufgaben bearbeiten kannst und kennenlernst, was man alles mit der Winkelsumme ausrechnen kann. Bis zum nächsten Video!